Bist du bereit? I'm ready. Oha, da steht was. Big Wheel Bungee. Nicht Bungee, alter Honey. Ein Teampartner hängt frei an... Oh mein Gott! An einem Bungee-Seil. Können wir uns ja schon ausrechnen, wer das sein wird. Nein! Nein, Malisa, du hängst am Bungee-Seil. Fabio, du liest die Fragen vor. Wollt ihr die Position ändern? Kostet auch das 1.500 Euro. Lasst euch heute mal hängen. Wir ändern, Fabio. Ich mach's safe nicht. 1.000% du machst das. Ich kann das wirklich nicht. Ich kann es einfach nicht.